Die Schmittenhöhe wird mit dem heutigen Tag eine neue Aufgabe bekommen. Sie wird eine neue Rolle haben. Sie wird der Standort des ersten deutschen Weltraumüberwachungsradars, GESTRA, sein. GESTRA ist letztendlich eine dreidimensionale Vermessung des Weltraumes. Wir begeben ein Radarsystem, das wir in den letzten vier Jahren entwickelt haben für das DLR, an das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr. Dieses Radarsystem ist Technologie, die einmalig ist in Europa. Wir zeigen uns mit dem Standort Deutschland, wir sind in der Lage, state of the art, ganz an der Front der Wissenschaft zu arbeiten. Und das passt alles gut zueinander, dieses Know-how, das uns in Deutschland vorne wegmarschieren lässt. Die Welt schaut auf dieses Know-how und dann die Stationierung heute hier. Das wird sich alles sehr bewähren und dann spielen wir in der Worldliga. Satelliten sind für unser tägliches Leben sehr wichtig. Sie synchronisieren unsere Stromnetze, sie sorgen dafür, dass Schiffe und Flugzeuge navigieren können. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Infrastruktur schützen. Und dafür braucht man einen Weltraumradar, um wirklich festzustellen, was blickt, worum und wo drohen Kollisionen. Ich erinnere mich, als die Container ausgeliefert wurden, haben Mitarbeiter persönlich die Kabel gezogen und die Kabel gegriffen. Und das am Wochenende, das zeigt den Einsatz und die Leidenschaft für dieses Projekt. Klar, man hat fünf Jahre für die Technologie, für die Randbedingungen, für die Zielsetzung gekämpft. Ein 34-köpfiges Team. Wenn das am Schluss jetzt zu diesem Ziel führt, verspürt man sehr viel Stolz. Und das ist natürlich der schönste Moment für einen anwendungsorientierten Forscher. Und ich persönlich sehe die Freude bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und ich persönlich freue mich auch, das ist immer die Kür, ein Produkt wirklich an den Kunden auszuliefern. Und ich freue mich, das ist immer die Kür, ein恩 der reflective vendesstavenBoy. Und dann lass die Kür.